Also ich habe einmal mit meiner besten Freundin gestritten und da hätte ich einfach gleich verzeihen sollen und einfach nicht darauf legen und trampeln sollen. Also man sollte nicht immer länger mit denjenigen streiten und einfach nachgeben und sie wieder versöhnen. Also bei meiner Freundin, bei der Elli heißt sie, da ist ihr Opa gestorben und da bin ich heute gleich zu ihr hingegangen und gefragt, was los ist. Also ich habe einfach gefragt und habe sie auch von mir geschenkt. Also mir ist es ganz gut gegangen, weil ich ein gutes Gefühl dabei gehabt habe und ich glaube meiner Freundin auch ganz gut.